Was machen wir heute? Wir fahren heute in die FTZ Goslar und machen unsere Belastungsprobe für AGT. Was ist FTZ? Feuertechnische Zentrale. Okay. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mich mächtig schiss um die Kamera hatte. Wir haben uns schon gedacht, dass du ein bisschen schiss hast. Starten. Merlin. Ich hatte den Brustkurs Nummer 4. Hier. So, wenn man macht die in der Wandfolge, ist ganz klar. Ihr müsst euch jeweils nur einen Punktnehmer einmelden. Und der Schlag kann man auch nicht stellen, wenn es der Ende ist. Aufpassen, dass er von Ende bis Ende immer zieht. Können wir los. Eben Mov青 Katherine und Ebenen spiders gehen, Phot beak. St ress shunken. Nach evangelistined. Nähen andere Zeit. Das Wasser. Pieper trước kap für Ebenen stehden. Jahr 2017 vers ich immer wieder aneinander. Bis eman order Griffor. Getさん nostalgia. Musik 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 Wie geht's dir? Geht so. Wie war's? Warm. Zu unfit. Wir hoffen euch hat das Video gefallen. Das war jetzt nochmal so ein außerdienstliches Video. Am Samstag ist bei uns Jugenddienst von 13.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Ich werde leider nicht da sein. Das heißt, ich werde dieses Mal auch kein Video machen können. Und am 13. bis 15. September sind wir auf dem Altstadtfest auf der Kaiserpfalz. Wo wir wieder unseren Kuchenstand haben und unseren Informationsstand. Wir würden uns freuen, wenn ihr da auch mal vorbeikommt und ein Stück Kuchen einfach mitnehmt. In diesem Sinne, bis denne, macht's gut und tschüss.